Es ist wieder Zeit für das Buch der Woche und heute stelle ich die Psychologie des Überzeugens vor. Das ist eins der allerersten Bücher, die ich in Sachen Persönlichkeitsentwicklung oder allgemeinen Social Skills oder irgendwas in dieser Art und Weise gelesen habe und das wird eine richtig geile Zusammenfassung. Hier ist nämlich mein Buch hin, hier natürlich wieder die Premium-Zusammenfassung, also wirklich nur die absolute Essenz davon, wirklich auch nicht nach Kapiteln oder so, sondern wirklich logisch, strukturiert, wie es einfach am meisten Sinn macht, euch das Ganze inhaltlich in 10 Minuten oder so mitzugeben. Also, nochmal was zum Buch. Das Buch, manche von euch kennen beispielsweise Chris Stellis, ein sehr berühmter Online-Marketer und er hat mir damals dieses Buch empfohlen und hat gesagt, es ist die absolute Waffe. Es ist eine absolute Waffe im sozialen Kontext. Und ich muss sagen, dass ich mich das Buch gelesen habe und mir jetzt gerade auch nochmal die Übersicht gemacht habe, muss ich ehrlich sagen, da sind schon ein paar richtig, richtig krasse Dinger drin und deswegen eine richtig krasse Empfehlung von mir, Link findet ihr unten in der Beschreibung und jetzt starten wir mit der Zusammenfassung. Grundsätzlich erstmal geht es bei der Psychologie darum zu verstehen, dass du dich zum einen davor schützen kannst, vor diesen ganzen Mechanismen und Methoden und dass du dich natürlich gleichzeitig auch anwenden kannst. Und Bias hat natürlich extreme Vorteile. Sich zu schützen ist total wichtig, wenn dir irgendjemand wäre, was andrehen will oder dich zu irgendwas bringen will, was du gar nicht machen möchtest und dir da bewusst zu sein, hey, was triggert mich da eigentlich, was bringt mich dazu, eigentlich Dinge zu machen, die ich vielleicht eigentlich ursprünglich gar nicht wollte. Und natürlich kannst du in manchen Situationen auch einfach sinnvoll sein, diese Methoden selbst für dich anzuwenden. Zum einen natürlich zum eigenen Vorteil, klar, brauchen wir nicht drüber reden, kann aber auch halt manchmal sein, dass es einfach sinnvoll und wichtig ist, dass du weißt, wie funktionieren Menschen und beispielsweise, wir werden auch einmal auf Notfallsituationen eingehen, dass du da einfach weißt, okay, warum verhalten sich die Leute, wie sie sich verhalten und wie kann ich es ändern, wenn es jetzt gerade einfach mega, mega wichtig ist. Denn wir Menschen funktionieren alle sehr automatisch eigentlich. Ich weiß, wir alle denken eigentlich oder wollen zumindest, dass wir ja so selbstständig sind und dass wir unsere Gedanken kontrollieren und wir auch unsere Handlungen im Griff haben und so weiter. Aber wie das Buch beschreibt und auch zig Studien einfach belegen, funktionieren wir auch sehr, sehr stark nach ganz klaren Mustern. Und diese automatischen Muster kann man sich eben durch die Sprache und Aussehen und Formulierungen einfach zunutze machen, um Verhalten eben wirklich zu manipulieren. Manipulieren, ich weiß, dass es in unserer Gesellschaft eine sehr negative Konnotation hat, aber manipulieren soll einfach nur bedeuten, Verhalten zu verändern. Kann ja positiv und negativ eingesetzt werden. Und jetzt kommen wir eben auf diese Mechanismen. Das allererste, eine sehr, sehr starke Methode oder ein sehr starkes Prinzip, was vor allem deswegen bei uns so stark verankert ist, weil wir Menschen einfach unglaublich stark im sozialen Kontext leben, was einfach früher in unserer Evolution einfach total wichtig war, dass ein Miteinander sehr gut funktioniert hat und das ist die Reziprozität. Reziprozität klingt erstmal mega kompliziert, ist aber ganz einfach. Bedeutet, wenn ich dir was gebe, wirst du mir später auch irgendwas zurückgeben. Das ist Reziprozität. Und das bedeutet auch, dass wenn wir etwas von jemandem bekommen, dass wir dann irgendwie so einen innerlichen Drang haben, ihm auch wieder was zurückzugeben. Und das ist natürlich eigentlich eine mega coole Sache. Ja, also nicht die ganzen, weil viele dann sagen, oh, das ist Manipulation und so weiter, sagen dann, oh, alles, was jetzt aufliste, wäre schlecht oder so, oder ein Problem. Ist überhaupt nicht so. Man sollte sich dem Ganzen nur bewusst sein. Und genauso ist es eben mit der Reziprozität. Bedeutet, es ist ja mega geil, dass ich dir einfach sowas geben kann und ich nicht sofort was zurückverlangen muss, weil ich weiß, es gibt irgendwie dieses psychologische Prinzip, dass du mir früher oder später auch was zurückgeben wirst. Natürlich gibt es aber auch da einfach Probleme. Beispiel, oft werden einem Gratisproben angeboten von irgendwelchen Dingen. Einfach, ja, können Sie mal kostenlos ausprobieren. Ist ja auch vollkommen legitim und ist ja eigentlich auch total cool. Nur funktioniert da eben schon nicht wirklich stark, aber schon zu einem gewissen Grad dieses Prinzip der Reziprozität. Bedeutet, Moment mal, diese Firma oder dieser Bäcker oder whatever, die haben mir was gegeben, jetzt sollte ich eigentlich ihnen auch was zurückgeben, in dem Sinne, dass ich ihr Produkt kaufe. Und das ist zwar nicht so stark, funktioniert aber trotzdem ein bisschen, auch wenn du jetzt sagst, hey, nee, ist überhaupt nicht so bei mir. Viele, viele, viele und eigentlich der absolute Großteil von diesen Dingen funktioniert sehr stark unterbewusst. Das bedeutet, nur weil du der Meinung bist, dass es bei dir nicht so ist, ist noch lange kein Beweis dafür, dass du dich auch nicht danach verhältst. Dann ein zweites, unfassbar starkes Prinzip und zwar Commitment und Konsistenz. Das sagt einfach das folgende aus, dass wenn ich einmal eine Aussage getroffen habe, dass ich danach das Verlangen habe und auch automatisch mich nach dieser Aussage verhalten werde. Das bedeutet beispielsweise, wenn du sagst, dass, was weiß ich, sagen wir, du bist Bayern-Fan, dann bist du Bayern-Fan. Und wenn da Leute sagen, keine Ahnung, Bayern ist ja nur Commerz und die kaufen nur Spiele ein und so weiter, dann wirst du diese Meinung verteidigen. Oder, was auch total crazy war, es haben mal Leute, durften einfach kostenlos oder haben einfach ein Schild an ihrem Haus anbringen lassen, was für irgendeine konkrete Sache stand, beispielsweise für Umweltschutz. So einfach, bitte schützen Sie die Umwelt oder so. Die wurden vielleicht, glaube ich, sogar bezahlt, dass sie einfach das da an ihr Haus hängen lassen durften. Und dann haben sich diese Personen, die in diesem Haus gelebt haben, weil sie, obwohl sie es ja eigentlich nie wollten oder selbst aufgehängt hätten, sondern einfach nur akzeptiert haben, dass halt da dieses Schild an ihrer Hauswand hängt, haben sich diese Bewohner umweltfreundlicher verhalten. Das ist doch vollkommen crazy, oder? Das ist doch vollkommen crazy. Begibt ja gewissermaßen auch Sinn. Ja, kann man sich eben ein bisschen reinversetzen. Ja, okay, wenn es da steht, fühle ich mich so ein bisschen auch so, als würde ich das propagieren. Und deswegen mega interessant, das sich einfach halt bewusst zu machen und halt auch gleichzeitig zu verstehen, es kann halt wirklich sein, dass wenn du einmal eine einmalige Entscheidung oder eine einmalige Aussage triffst, dass das dein gesamtes Verhalten danach sehr stark beeinflussen wird. Und deswegen sollte man sich auch mit Äußerungen und so weiter immer, nicht zwangsläufig immer zurückhalten, aber sich einfach bewusst zu sein, das hat schon Effekt auf einen. Das hat schon Effekt. Deswegen sich da auch unglaublich bewusst darüber sein. Dann eins meiner absoluten Lieblingsfälle, die soziale Bewährtheit. Das bedeutet einfach das, dass du eigentlich sehr, sehr stark davon geprägt wirst, was die Menschen um dich herum machen. Das bedeutet, wenn beispielsweise alle sagen, kennst du ja vielleicht früher, alle trinken Alkohol, alle trinken Alkohol und dann trinkt man vielleicht einfach mal mit. Oder sehr viele von den Leuten, die trinken, trinken einfach mit, weil, nicht weil sie selber da dafür sind oder das wollen, sondern einfach nur, weil es alle anderen machen, wenn man dazugehören möchte. Das ist soziale Bewährtheit. Und das Interessante ist, da kommen wir jetzt auch auf die Notfälle zurück, was mir ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, speziell in Situationen, die kritisch sind, beispielsweise. In der Stadt geht eine riesige Menschenmasse einfach die Straße entlang und eine Person am Rand, weiß nicht, keine Ahnung, hat sich mega schwer verletzt, wirkt total komisch oder der geht auf irgendeine Art und Weise gar nicht gut. Dann kann es extrem oft passieren, ich glaube sogar, dass das Bystander-Effekt heißt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, dass alle Menschen vorbeigehen und niemand hilft. Einfach aus dem Grund, weil sich jede Einzelperson denkt, ja die anderen helfen ja auch nicht. Und das hält sich so sozusagen aufrecht, dass niemand dieser Person hilft. Weil jeder sich denkt, wenn diese Person Hilfe brauchen würde, würde ja schon irgendwer anders hingehen. Und das bedeutet vor allem für dich ganz konkret, wenn du mal, wenn du mal in einer Situation bist, wo du Hilfe brauchst, aus einer großen Menschengruppe heraus und du merkst, okay, irgendwie checkt es keiner, dass es mir schlecht geht, weil sich wahrscheinlich jede Einzelperson denkt, dass alles schon in Ordnung ist, dann ist die wichtigste Sache, die dir hilft, dass du eine Person ganz konkret ansprichst. Das heißt, du sagst dann, entschuldigen Sie bitte, der Herr im roten Pulli mit der blauen Hose, können Sie mir bitte helfen. Weil dann nimmst du aus dieser Person den Gedanken raus, alle anderen sollten ja helfen, weil sie direkt angesprochen wird. Und dann wird sich diese Person direkt angesprochen fühlen, sagt das ganz klar, ganz laut und dann wird diese Person in der Regel auch kommen. Und wenn sie nicht kommt, dann mach es bei der nächsten Person. Aber es ist ganz wichtig, dass du wirklich sagst, hey, genau sie, weil sonst fühlt sich keiner verantwortlich. Dann ist Sympathie noch ein ganz wichtiger Aspekt. Das bedeutet, dass einfach Menschen, die uns sympathisch rüberkommen, dass wir denen eher glauben und dass wir denen eher folgen. Ist ja auch vollkommen logisch. Wie gesagt, auch da sieht man wieder, es sind keine negativen Beispiele, man soll sich dem Ding einfach nur bewusst sein. Ich meine, es ist ja vollkommen cool, dass du mehr mit Leuten verbringst, die dir sympathisch sind. Oder dass du mehr YouTuber, jetzt beispielsweise auch mich so anschaust, wenn ich dir sympathisch bin. Ist ja Sinn, macht ja Sinn. Aber dass man sich eben auch bewusst macht, es gibt eben diesen, ich weiß gar nicht, ob es im Buch beschrieben wurde, aber es gibt auch den Halo-Effekt. Das bedeutet, dass wenn eine Person eine positive Eigenschaft in deiner Wahrnehmung hat, dass du dann der Meinung bist, dass auch alle anderen Eigenschaften bei dieser Person wesentlich positiver ausgeprägt sind, selbst wenn du diese nicht kennst. Das trifft hier auch wieder so stark zu. Das bedeutet, wenn du jemanden als sympathisch achtest, dann bist du beispielsweise auch der Meinung, dass, also wenn du beispielsweise den Verkäufer kommt dir sehr sympathisch vor, dann bist du auch automatisch der Meinung, dass er viel stärker auf deine persönlichen Interessen achtet, dass sein Produkt vielleicht sogar viel besser ist. und deswegen sind viele Verkäufer noch einfach so mega sympathisch zu vorkommen und so weiter, weil sie eben das erwerben wollen und sich das bewusst zu machen und sich da vielleicht auch mental davor zu schützen, ist total entscheidend. Gleichzeitig aber auch, gibt es einfach Verkäufer, die sind einfach nett. Die sind einfach nett und dann ist auch nichts negatives, sondern es ist sogar geil, auch wenn du von dem kaufst. Das ist eben das Wichtige. Es geht nicht darum zu sagen, oh, wenn mir jemand sympathisch ist, muss ich aufpassen oder wenn mir jemand unsympathisch ist, dann kauf ich von dem eher, weil der versucht nicht sympathisch zu sein oder irgendwie sowas. Es geht einfach nur darum, sich bewusst zu machen, okay, diese Prinzipien funktionieren, deswegen sage ich euch sie alle, die im Kopf zu haben und dann in der entsprechenden Situation sich zu überlegen, okay, ist das, kaufe ich das jetzt wirklich, weil ich das kaufen möchte oder weil ich beeinflusst werde. Mag ich diese Person wirklich oder weil sie früher mal was für mich getan hat und so weiter. Dass du dir den Dingen einfach nur bewusst bist und verstehst, wie du von deiner automatischen Seite her funktionierst. Die vorletzte Sache, die im Buch beschrieben wird, ist Autorität. Das bedeutet, dass einfach Menschen, die eine Autorität haben, dass man denen eher folgt. Ist ja auch vollkommen logisch und das macht ja auch total Sinn. Nur gibt es auch da wieder Punkte, wo man halt merkt, wie schnell man sich auch einen Autoritätsstatus schon erwerben kann. Beispielsweise nur durch die richtige Kleidung. Es gibt, habe ich irgendwo mal gelesen, da gibt es Patienten, die, oder Besucher von Patienten, die kriegen eine Diagnose von der Krankenschwester ausgestellt, die vollkommen richtig ist, vollkommen wissenschaftlich fundiert, alles top ist, bekommen es dann und wollen sich dann genau das gleich nochmal vom Arzt erzählen lassen. Ist ja auch vollkommen verständlich, ist vielleicht eine extrem grenzliche Situation, da werde ich auch meine Sicherheit haben. Aber da sieht man einfach nur, nur dadurch, dass dieser Mensch den Kittel anhat, hat man auch beispielsweise in anderen Studien nachgeführt. Nur weil jemand einen Kittel anhat, egal ob er krank, egal ob er, gleiche Person, die gleiche Person sagt dir was, in normaler Kleidung und dann sagt dir die Person im Kittel. Ich glaube irgendwie so acht, das sind sie 40 Prozent, was weiß ich. Also wirklich absolut erhebliche Steigerung des Vertrauens, der Einschätzung, der Kompetenz dieser Person. Vollkommen crazy. Und deswegen seid euch auch bewusst, wie schnell Autorität auch schon durch so Äußerlichkeiten wie Körpersprache, Kleidung, Zustimmung von anderen und so weiter einfach erworben kann. Deswegen versuch da möglichst viel auch für euch selbst zu denken. Und zu guter Letzt noch Knappheit. Das bedeutet, wenn es bei irgendeinem Angebot nur wenige Plätze gibt oder es gibt bei keine Ahnung, ein Buch ist ja bald ausverkauft, gibt es ja auch bei Amazon. Oder allgemein, wenn du eine Sache nicht haben kannst, kennst du ja vielleicht auch, dass du es dann noch mehr bist. Das ist das Prinzip der Knappheit, sich auch da bewusst zu werden, hey, es geht einfach nur darum, möchte ich das für mich selbst? Ja, nein und dann entscheide ich mich dafür. This is it. This is it. Und wenn du dir die ganzen Sachen einfach wie gesagt bewusst machst, es auch ein bisschen dich selbst kontrollierst in der jeweiligen Entscheidung, da kannst du so viel mehr Entscheidungen treffen, die eben nicht automatisiert sind aufgrund von irgendwelchen Prinzipien, sondern Entscheidungen, die du bewusst für dich selbst triffst. Und deswegen, ich empfehle euch das Buch unbedingt, weil es sind zu den ganzen rawen Punkten, also ich habe jetzt wirklich die Essenz des Buches beschrieben. Ihr seht, das ist ziemlich dick, deswegen lest ihr euch unbedingt durch, weil es sind extrem, extrem interessante Beispiele noch, auch gibt noch ein paar Unterpunkte, auf die ich jetzt noch gar nicht eingegangen bin, aber jetzt habt ihr schon mal einen sehr, sehr guten Überblick. Checkt das Buch unbedingt aus, wie gesagt, ich feiere es nach wie vor mega, mega krass und ich hoffe, dass euch das Buch weiterbringt, hoffe ich, dass euch die Zusammenfassung gefallen hat. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, schreibt gerne auch weitere Buchempfehlung in die Kommentare, weil alle anderen Leute mit eurer Buchempfehlung, Buchempfehlungen, haut eure Buchempfehlung in die Kommentare, vielleicht auch warum das Buch geil ist und dann könnt ihr die anderen Leute das wieder rausziehen und jetzt wünsche ich euch das allerbeste. Viel Spaß beim Lesen, ich glaube immer an euch, wir beide sehen uns im nächsten Video, euer Leo. Bis zum nächsten Mal.